Kommst du heute in ein Cabaret, da kommt zuerst der Comprancier, er geht aufs Podium so dann und quatscht dich mit dem Borten an. Meine Damen und Herren, gestatten Sie, dass ich Ihnen unser musen Tempel, Tempelapparzeiung, musen Tempel natürlich, auf das Herz nicht zu willkommen halte. Ich hoffe, dass Sie sich bei uns recht amüsieren und wir konsumieren werden. Wir werden Ihre Unterhaltung hin und wieder durch Vorträge stören, bitte lassen Sie sich nicht stören. Es folgt als erste Nummer unsere Sobrette, Marie, niedlich, komm Marie, mach deinen Knick. Ich bringe Ihnen als erstes den neuesten Schlager, kommst du mir aufs Tübchen. Kommst du mir aufs Tübchen, süßes kleines Lütchen, so ein bisschen Ruhlala, das macht Laune hier und da. Kommst du mir aufs Tübchen, süßes kleines Lütchen, komm und mache kein Gesicht, hoppla, Vater sieht ja nichts. Komm und mache kein Gesicht, hoppla, Vater sieht ja nichts. Der Comprancier liegt wieder los, was jetzt hören ist, vermut. Ein Rizitator trägt mit vor, die Glocke jetzt von Schillern vor. Festgemauert in der Erde, steht die Form aus Lehm gebrannt, heute muss die Glocke werden, frisch, Gesellen, sei zur Hand. Von der Stirnei, drinnen muss der Schweiß, Soldat, 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 von der Stirnei, drinnen muss der Schweiß, Soldier, Soldi, Soldat, drinnen muss der Schweiß. Kurzum, er muss leider entdecken, er bleibt konstant im Anfang stecken. Und als vor Angst, der schon ganz feiß, noch einmal rinnen lässt den Schweiß. Ruf einer, du kannst nicht gewinnen, Mensch komm da runter, lassen rinnen. Der Comprancier scheint ganz blass, das geht schon wirklich über den Spaß. Ich kann das selber nicht begreifen, die Lotte wird ihnen einst pfeifen. Ruf einer, du kannst nicht gewinnen, die Lotte wird ihnen einst pfeifen. Ruf einer, du kannst nicht gewinnen, die Lotte wird ihnen einst pfeifen. Es geht zum Schluss und folgt dem Luhu, des ganzen Abends größer Clou, es singt und tanzt ein Russenchor, wie im Publikum kommt Spanisch vor. Das Publikum, das frucht und frucht, zum Ausgang drängt alles viel. Da kommt Frank, wie sagt Spreu und Diener, bitte behehren Sie uns wieder.